hi leute und herzlich willkommen ich hoffe es geht euch gut und es gibt mal wieder eine sbc dies zu lösen gilt heute geht es weiter mit der tods aufwärm serie und wir bekommen ein neues upgrade pack es sind elf spieler beinhaltet mit einer bewertung von 81 plus und wie es der name schon verrät sind dort elf spieler aus der liga also hebt euch gerne dieses pack auf für das la liga tods und dann würde ich sagen schauen wir uns jetzt die lösung an zum preis zum aktuellen zeitpunkt bezahlen bedarf wird circa 27.000 coins wir brauchen hier einen team of the week spieler eine team gesamtbewertung von mindestens 82 team chemie 50 und natürlich elf spieler und wie es von mir gewohnt seid gehe ich hier einmal stillschweigend durch die spieler durch ihr könnt dann das video an der jeweiligen stelle pausieren und euch die spieler vom transfermarkt erst snipen ihr habt dafür zwei tage zeit diese spc abzuschließen und dann ist sie erst mal weg ich würde sagen wir legen los let's go und damit haben wir auch diese spc erfolgreich abgeschlossen ich drücke euch auf jeden fall schon mal die daumen dass ihr was gutes aus diesem pack zieht und ja ist ja noch ein bisschen hin bis zum la liga tods aber vielleicht ist ja auch die eine oder andere interessante la liga karte im community tods dabei und dann kann man es ja natürlich auch öffnen okay das soll es gewesen sein gerne ein like da lassen und ein kommentar wird mich auf jeden fall sehr sehr unterstützen und freuen und falls ihr zukünftige videos nicht verpassen möchtet dann abonniert auch gerne komplett kostenfrei meinen kanal in diesem sinne rein gehauen wieder schauen